Hallo zusammen, wenn ihr denkt, dass das hier ein normaler Tag wird, dann habt ihr euch gehört. Wir sind schließlich nicht im Büro, wir sind hier bei Atlas Fallen. Herzlich willkommen. Lass mir ein Abo da, ich werde mich freuen. Ich bin Penn. So, wir hätten eigentlich noch einen Apfel zu suchen. Eigentlich. Ich bin aber der Meinung, dass ich den irgendwie nicht so easy finden werde. Kann man hier eigentlich so hoch? Kann man nicht. Ich gucke jetzt nochmal grob. 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 Aber finde keinen Apfel. Ne. Wir finden hier nochmal zwei Blumen. Die wachsen ständig nach. Diese Preise sind unverschämt. Der rubbelt sich da immer noch ein Abend. Mag vielleicht sein, dass der letzte Apfel hier irgendwo ist. Hier wollen wir jetzt sowieso weitermachen. Im Turm. Oh, ewige Glut. Zerstörer von Dunkelheit und Karm. Hier aber erstmal links lang. Bringer der Ordnung und das Licht. Wir schenken dir unser Leben. Wir schenken dir unser Leben. Bevor ich mit Morat rede. Ich habe den Turm zum ersten Mal betreten, als ich noch ein kleiner Junge war. Den Augenblick habe ich nie vergessen. Ich hielt in der Tür an und vergaß sogar das schwere Fass in meinen Armen. Ein Aufseher stand dort herum und grinste mich an. Wie hoch ist denn dieser Turm? Soll ich direkt mit ihm reden? Ja, ne? Ich habe dich hier noch nie gesehen. Das ist jetzt nicht der richtige Zeitpunkt. Ich werde mich schnell auf den Weg machen. Ich möchte nur wissen, wie das Essenzritual funktioniert. Oh, klar. Verstehe. Der Gesang, der gesammelte Sand kommt in den Brennhofen. Wo verbrannt wird. Das solltest du dir mal ansehen. Ich bin zufällig auf dieses alte Dokument gestoßen. Was für dich vermutlich nützlicher sein dürfte. Für was auch immer du tust. Was soll das denn heißen? Nichts. Ich bin all dem, was hier passiert, ebenso überdrüssig wie du. Aber ich habe nichts gesagt. Ich wünsche dir viel Glück. Aktive Formel 15. Urbeherrschung. Erschaffe ein Feld, das Gegner und ihre Politiker zwölf Sekunden lang stark verlangsamt. Also, stark. Aber die Geschosse... Wum, wum, wum. Na gut. Wäre da doch stark. Dö, dö, dö. Okay, hier ist nichts. Hoch kommt man gar nicht, ne? Nur runter wendern. Und hier rüber. Das nehmen wir noch mit. Hier kann man korbeln. Aber hier ist nichts zum korbeln. Ah, man kommt doch hoch. Aber bei Morat lang. So, was ist unsere Hauptaufgabe gerade? Die Stadt der Sonne. Ich kann nochmal ein bisschen Cash abgreifen. Soll ich erstmal nach oben gehen? Ja, ne? Bevor ich runtergehe? Runter kann man immer noch, indem ich springe. Komm, ich gehe erstmal hoch. Morat! Ich komme. Hauptmann Morat. Mächtiger Telos. Ich bin bereit zu dienen. Er höre mich. Überlasse diesen Narren seinen Gebeten. Er geht uns nichts an. Du wurdest niedergestreckt, Hauptmann. Aber du glaubst immer noch, dass Telos dich erhört. Infort, schwacher Sterblicher. Ich spreche mit einem göttlichen Wesen. Ich meine, wo ist er ja? Er hat ja Naal weggesperrt. Naal ist ja eigentlich derjenige, der gar nicht da ist. Senzregen. So, wieder da. Musst du mal eben zum Fernwagen holen. So, wo waren wir stehen geblieben? Hier auf dem Weg nach oben, ne? Da geht's bestimmt auch noch hoch. Jo, holi, ich hab... Mein Schüler, du bist alt genug, um zu erfahren, wie der Essenz-Sinn funktioniert. Wie du inzwischen wissen solltest, müssen wir zunächst sämtliche Essenz sammeln, die wir brauchen. Es ist eine zermürbende Arbeit. Aber zum Glück haben wir viele Namenlose, die mehr als bereit sind, ihr Leben dieser Aufgabe zu widmen. Die Essenz wird in den Brennofen geworfen. So wird die Substanz durch die Hitze von Telos gereinigt. Die reine Essenz wird dann in Fässer abgefüllt. Diese werden schließlich an das fliegende Phantom der Königin geschickt. Dieses Phantom ist die einzige Kreatur, die Telos reich betreten darf. Und das Gotteswesen erwartet es. Du weißt, wie wichtig der Essenz-Segen ist. Finde deinen Platz. Erfülle deine Pflicht. Wir Erleuchteten sind die einzigen, deren Geist es schaffen kann. Muck! Ich will da auch hin. Und dann kriegen wir die Macht, Telos zu bezwingen. Und seine Truhen zu öffnen und so. Und es geht immer höher und immer höher. Ja! Oder? Ich gehe das jetzt nur einmal im Kreis. Wie kommen wir da hoch? Also es geht auf jeden Fall höher, aber wo? Hier? Ja, das kann es ja nicht sein. Sieht aber gut aus, ne? Man könnte meinen, mit dem Kran hier vielleicht? Ja. Nein. Ja, nein. 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 Wenn man jetzt hier rausspringen könnte, auf die Balken. Aber hier ist eine Alpha-Wand. Vielleicht darf man da ja doch nicht rauf. Darf ich hier durch die Augen? Sehen wir denn Apfel? Na gut. Dann geht das erstmal nicht höher. Ich sehe zumindest keine Möglichkeit, wie wir hochkommen. Außer durch das Ding hier. So. Hier wollten wir auch erstmal anfangen. Dann hier. Dann hier. Da ist der Turm gedöhnt. Was geht da? Was willst du? Was kannst du mir über den Essenzsegen sagen? Die Erleuchteten lassen Namenlose nur hinein, wenn sie den Sand für das Ritual tragen. Ja, da müssen wir ja nur so ein Fass nehmen, oder? Und schon sind wir drin. Artefakt ohne Ende. Du liest doch dir das. Was willst du? Was kannst du mir über den Essenzsegen erzählen? Ohne den Brennofen hier im Turm würde der Segen nicht funktionieren. Die Gesänge der Priesterinnen und Priester wären nutzlos. In diesem Brennofen kommt also alles zusammen. Du musst da rein. Und dieser Freund von Arif muss uns dann sagen, was wir dort tun sollen. Psst. 41 sind noch übrig. Lasst uns beten. Alle gleichzeitig reden. Was mit ihm? Möge Telos deinen Weg erleuchten. Möge Telos meinen Weg erleuchten. Und da kommt nur ganz normaler Sand rein, oder was? Lass mich raten, hier darf ich nicht durch. Ah, der Brennofen ist da drin, ne? Aha, ich dachte, der Brennofen wird da in der Mitte. Nix. Okay. Hat jemand hier zufällig einen Apfel runtergeworfen? Was ist das? Oder ist das? Doch, was ist das? Hier wird das Essenzritual gezeigt. Ich habe solche Bilder schon einmal gesehen. Ein Händler hatte Abbilder davon. Ein merkwürdiges Ritual in der Tat. Da. Die Essenz wird zum Turm gebracht. Anschließend wird sie zum Brennofen transportiert, wo der Segen vollendet wird. Und wird sie dann zu einem... zu einem Phantom transportiert? Faszinierend. Aber wo ist das Phantom? Erkenn ich nicht. Ah, da oben. Ah. Okay. Dann gehen wir mal in die Mitte jetzt. Gucken, was hier noch so abgeht. Pass bitte auf, wo du hintrittst. Dies hier ist heiliger Boden. Ganz normaler Sand, ne? Verdammtes Ding. Schwerer als ein Elch. Na gut, dann gehen wir jetzt zum Kiesmeister, Werker. Muss ich wieder ganz hoch. Dann zur Unterstadt. Da ist er ja. Da haben wir ja schon gefunden. Zack. 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 Abkürzung. Zack. Ist hier ein Apfel? Mann, wo ist der der blöde Apfel? Apfel, wo bist du? Wenn, dann wäre der Apfel ja sowieso hier auf der Seite. Dann sag mir, wo der letzte Apfel ist. Ich meine, wo. Irgendeine Ecke, die ich noch nicht gesehen habe. Sagt sie das eigentlich mit den Äpfeln? Kann ich nicht einfach hiervon Apfel nehmen? Willst du für einen lieben Menschen kochen? Komm vorbei und hol dir... Ich frage mich, ob wir es jemals schaffen werden... Hä? Hä? Was war das denn? Magic. Aber jetzt weiß ich, dass da irgendwo noch was Blaues ist. Ach so, das waren die. Und solange die Essenz fließt, wird Telos über uns wachen und uns vor allem Unheil schützen. Wenn deine Pflichten eine entrückende Last sind, denke daran, dass Telos die Last der Welt auf den Schultern... Du bist der Träger des Gauntlet, von dem Arif mir erzählt hat. Bist du Kieswerker? Arif schickt mich. Wir wollen den Essenzsegen stören und... Nicht so laut, leise. Ich weiß von deiner törichten Idee, zur Königin zu gelangen. Aber ich mache da nicht mit, wenn ihr keinen Plan habt. Der Brennofen im Herzen des Turms ist wichtig für den Segen. Wir müssen ihn sabotieren. Zuerst müsstest du zum Brennofen gelangen. In meinen alten Klamotten sehe ich aus wie ein Arbeiter der Namenlosen. Und was ist dann der Plan? Wie läuft die Sabotage? Ich bin mir nicht sicher. Ich dachte nur daran, vielleicht den Ofen zu zerstören. Amateur. Ich kann mir etwas vorstellen, das auffälliger wäre. Irgendetwas hat die Essenz in unserer Mine beschädigt. Eine fiese Sache, die sich wie ein Tumor ausbreitet. Schmeißt man dieses Zeug in den Ofen, würde es ein Riesenspektakel geben. Dieses Zeug, das die Essenz verdirbt, wo ist das? Ich weiß es nicht. Aber es sollte tief in der südwestlichen Mine sein. Ich werde mich mit Arif treffen und reden. Das alles soll unter uns bleiben. Ist das ganz unten links? Äh. Mann, wo ist dieser Apfel? Und hier ist noch ein Wunsch, Schatz? Was war das? Ich habe doch gerade Geräusche gehört. Hör mich hier! Okay, wo bin ich jetzt? Okay, da will man nicht runter, wa? Da unten ist ein Tor. Oh. Wo bist du, mein Schatz? Wo bist du nur hin? Na 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 na. Da! Und das der Schatz ist? Von der Schatzkarte? ja raut raut sind alle meine Farben raut, raut, raut ist alles was ich will da komm ich nicht hoch willst du mich verarschen? ja, wie komm ich denn damit man bloß nicht in die Stadt reinfliegt oder was? die Kraft des Gauntlets ist begrenzt aber je mehr Stücke du findest desto stärker wird er auch nicht lang wir müssen durch die Unterstadt durch sonst kommt man nicht voran wenn wir da was in den Brennofen werfen dann ist Panik holt euch hier eure Äpfel nur die Menschen störe die Erleuchteten im Turm nicht der Essenzsegen ist warte mal doch wer hat diesen Grobian in die Oberstadt gelassen wir sollten die Wachen bitten einen Zaun um die Unterstadt zu ziehen das heißt ja nur das Gebiet hier wir haben eine beträchtliche Anzahl mächtiger Objekte angehäuft wir sollten sie benutzen ach Manno blöder Apfel du nur ein fucking Apfel vier fünf sechs sieben acht neun die ganzen Äpfel waren so easy die waren auch nicht versteckt oder so das ist die Oberstadt hier darfst du nicht herumlungern geh lieber ist das hier noch im Gebiet naja grenzwertig würde ich sagen störe die Erleuchteten im Turm nicht der Essenzsegen ist im Gange ich würde jetzt ja wieder dem Spiel die Schuld gehen und sagen die haben vergessen den Apfel hier irgendwo hin zu packen aber hier ist kein Apfel Mann Manno Frage ist muss ich überhaupt so weit außen gucken man muss ja innen habe ich ja schon alles da ist schon wieder zu weit außen innen habe ich ja schon alles geschickt ich kann nicht glauben dass ich mal in dieser Gasse gelebt habe meine alten Freunde reden nicht mehr mit mir seit ich mich als das ist die Oberstadt hier darfst du nicht herumlungern geh lieber Mann es leuchtet doch einfach so rum wo ist es denn warum haben sie einen Schrein mitten auf unserem schönen Platz errichtet warum nicht hier hier wäre ein perfekter Ort für so einen Apfel bin ich aber auch wieder draußen mein Gott du was für eine scheiß Quest ja dann scheiß doch auf den Apfel ey scheiß hier auf dich höchstens ich werde nicht auf den Apfel geschissen aber so habe ich das nicht gemeint habe es ist so schön und ruhig wenn die Stadt abgeriegelt ist jeder muss seine Feuer zahlen ungehorsam ist ein Verbrechen eigentlich muss man ja gar nicht so genug gucken das leuchtet doch für schon mal habe ich einen Apfel eingesammelt den er nicht gezählt hat ich gebe jetzt einfach den Schwierigschuld hier leuchtet nix hier blinkt nix hier ist nix oh Mann im Gefühl drehe ich mich in einen hohen Kreis es gibt auch sonst keine Leitze was ist wenn einer von den Leuten einen Apfel in der Tasche hat hast du einen Apfel das kann ich mir gut vorstellen der Apfel fliegt nirgendwo rum jemand hat den Apfel eingestellt alle meine alten Nachbarn meiden mich jetzt sind die Wachen in der Unterstadt wirklich so verabschiedet? das ist gute Koordination ich muss ja mit einem von den Reden so hey rückt den Apfel raus jeder der den Essenzsegen stört wird bestraft Brot ein Apfel gestreut mit Essenzstaub klingt teuer oh bitte klingt teuer ich gebe mal den Apfel ich verstehe das mit diesem Apfel nicht kann doch nicht so schwer sein ein Apfel zu finden ich werde hier auf dich warten schließlich muss jemand den Palast im Auge behalten hat man lieber den Apfel im Auge also ich war doch schon in jeder Ecke jetzt in jeder Ecke die sind noch nicht blues das war ja ich kann mir Und das hier ist dann ja eh schon wieder zu weit. Versteh ich nicht. Versteh ich nicht! Hast du nachvollziehst? Ach der Schatz wird in der Höhle angezeigt und nicht auf dem Turm. Zeig mal lieber den Apfel, bitte! Ich suche jetzt noch 10 Sekunden. Wenn ich keinen Apfel finde, dann scheißen wir auf den Apfel. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 Der Apfel hat mich geschlagen! Der Apfel hat mich gebrochen! Jetzt gibt es keinen Apfel. Scheiße auf den Apfel. Ich gehe jetzt heulen nach Hause. Ja, ja. Er sagte, du würdest regelmäßig Essen wegwerfen. Wenn du so verschwenderisch lebst, warum verteilst du da nicht Essen? Verteilen? Lächerlich. Wie fair wäre das denn für die zahlenden Kunden? Besser als alles wegzuwerfen. Und du würdest den Menschen helfen. Das ist wohl wahr. Pha, wie auch immer. Die Wachen werden ihn zur Strecke bringen und dann werde ich jeden einzelnen Tribut aus ihm herauspressen. Und du? Wenn du mir genug Äpfel zurückbringst, kann ich den Laden wieder eröffnen. Und als Bonus habe ich vielleicht eine kleine Belohnung für dich. Wie wär's damit? Hier sind die Äpfel. Ja, hier sind ein paar deiner Äpfel. Ah, sie sehen noch genießbar aus. Du hast mein Geschäft gerettet, Reisender. Äpfel, ein Apfel. Hey, du bist wieder da. Hast du zufällig einen der gestohlenen Äpfel gefunden? Tut mir leid, das geht jetzt nicht. Ich bin bald wieder da. Den gibt es nicht. So. Ja, das geht nicht. Ja, dann gehen wir jetzt da hin. Ähm. Boom. Ja. Das kriegen wir noch hin, damit wir hier noch ein bisschen Action haben, bevor die Folge zu Ende ist. Oh Mann, jo. Tschüss, Herr Schreuer. Ich komme gleich wieder. Muss mal eben hier Riss anlegen. Guck, jetzt steht das 17 von 19. Der Sandgleichen verursacht Scharm, Sandfaust verursacht kein Scharm. Fülle deine Leiste komplett. Solche Herausforderungen liegen mir im Blut. Mir auch. Neh. Ja. 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 Boah, ich bin fast gestorben. Tschüss, Alter. Eine wirkliche Herausforderung, aber wir haben gesiegt. Der war wehgetan. Katsching. Katsching. Betäubender Schild. Beschwere eine Barriere, die dich für 10 Sekunden schützt. Die Barriere absorbiert jeden Schaden und unterbricht angreifende Feinde in der Nähe. Nicht interessant. Hier ist eine neue. Das sieht aus wie Staubs Tagebuch. Staub. Und das müssen seine sterblichen Überreste sein. Wo ist der Lappen? Wir sollten den Lappen erzählen, was mit ihm passiert ist. Wir sollten den Lappen erzählen, was passiert ist. Ruhig, Brunner. Ruhig. Ruhig. Na, du Lappen? Bitte. Ich will keinen Ärger. Oh, ich bin... Verzeihung, ich dachte, du wärst eine Wache. Aber ich habe noch nie eine so gekleidete Wache gesehen. Ich wurde von Lady Catherine geschickt. Sie macht sich Sorgen um dich und will, dass ich dich sicher zurückziehe. Ach, hübsch. Lady Catherine, dann kennst du unsere Geschichte. Oh, ich hoffe, unsere Abreise hat sie nicht beunruhigt. Staub und ich, wir haben ihre Arbeit geschätzt, aber wir wollten echte Freiheit, um uns selbst zu finden. Aber jetzt wurden wir getrennt und ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich habe ihn verloren. Ich habe ihn verloren. Mein einziger Freund. Bitte, wenn du ihn siehst, sag ihm, wo ich bin. Er muss irgendwo zwischen hier und der alten Straße sein. Ich, ich habe ihn gefunden. Es tut mir so leid. Er wurde von einem Phantom getötet. Oh, oh nein. Staub. Staub. Geh, bitte. Ich, ich will einfach nur allein sein. Lady Catherine wird nach mir suchen, wenn sie weiß, dass ich hier draußen bin. Ich kann nicht noch einen Tod auf dem Gewissen haben. Sag ihr, dass ich gestorben bin. Und nimm das. Ich bitte dich. Du armer Lappen. Den Lappen hat sie erwischt. So, als nächstes würde ich dann da hingehen, aber in der nächsten Folge. Äh, da ist er. Haben wir eine gute Position, eine geile Position. Haben wir hier irgendwie was geiles? So, geile Milo. Warte. Warte, warte. So, warte. Ja, zack. Nee. Haben wir gleich. Haben wir gleich. Guck mal, da fliegt auch noch ein Drache rum. Wui. Waija. Gleich sind wir bei der Quest, ne? Wui. Wui. Hey, 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 hey. Falscher Knoff. Sorry. Aus Versehen auf den falschen Knopf gedrückt gehabt. Hier ist er immer eine Kisse, ne? er zeigt mir das aber auch wieder nicht richtig an bestimmt irgendwo da unten was schreiten wir hier so rum der Wurm schreit so rum oh zwei Würmer raus da auch wieder extrem knapp das war aber auch wieder das ist wieder so ein riesen gebiet was da oben abgedeckt wird mit der kiste da kann wir auch wieder überall sein guck hier zeigt er mir jetzt nichts an aber sobald ich hier bin kann das schon wieder überall sein ich verkaufe sogar dinge die ich da draußen sei keine zeit zu reden keine zeit die leute sind verrückt nach alten kuriositäten keine ahnung warum aber gib mir welche damit ich sie verkaufen und unsere geldbeutel füllen kann was brauchte ich das hier ne das würde ich selbst kaufen zweimal glaub ich ne äh Gauntlet? ne äh brauchte ich denn um das zu verbessern äh besser verbessern verbessern ja was habe ich doch nicht verbessert gehabt da habe ich das doch aus versehen auf verfolgen gemacht was war das denn dann kommen wir so verfolgen entfolgen jetzt folge ich auch übrigens gar nichts gerade na gut na gut na gut wo die blöde Kiste ist oh die wird mir auch gerade schon wieder gar nicht angezeigt die Kiste doch jetzt also muss das ja irgendwo in der Richtung rein ah da in der Mitte so oh 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 das ding einfach exkludiert da bin ich unter farbstoff da jetzt aber genug 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 man muss wissen wann genau man muss wissen wann genug ist nämlich hier ja dann bedanke ich mich fürs zuschauen wir sehen uns hoffentlich in der nächsten folge wieder macht gut ihr strahlenden sterne ihr seid das funkeln in meinem digitalen universum die sonne seht das abenteuer ruft wir haben gekämpft mit mut und mit kraft in der wüste der geheimnisse da sind wir vereint jeder schritt ein erlebnis das uns vereint danke fürs zuschauen das war's für heute die reise geht weiter sei bereit für die freude lass uns gemeinsam erreichen die sandstürme wehen die nacht bricht herein doch wir sind bereit niemals allein komm zurück für mehr wenn der mond aufgeht gemeinsam erleben wir alles was besteht danke fürs zuschauen das war's für heute die reise geht weiter sei bereit für die freude lass ein abo da und vergiss nicht zu liken für mehr abenteuer lass uns gemeinsam erreichen die sandstürme wehen die nacht bricht herein doch wir sind bereit niemals allein komm zurück für mehr wenn der mond aufgeht gemeinsam erleben wir alles was besteht danke fürs zuschauen das war's für heute die reise geht weiter sei bereit für die freude lass ein abo da und vergiss nicht zu liken für mehr abenteuer lass uns gemeinsam erreichen nemals j Vielen Dank.